Sir Arthur Traver Harris, 1. Baronet GCBOB-EAFC, genannt Bomber Harris, war ein hochrangiger Offizier der Royal Air Force. Zuletzt im Rang eines Marshal of the Royal Air Force. Während des Zweiten Weltkriegs war er ab Februar 1942 Oberbefehlshaber des RAF Bomber Command und gehört wegen der von ihm angeordneten Flächenbombardements deutscher Städte zu den umstrittensten Personen des Luftkriegs im Zweiten Weltkrieg. Leben Arthur Traver Harris wurde im englischen Cheltenham während eines Urlaubs seiner Eltern geboren. Der Vater war Angehöriger der englischen Beamtenschaft in Indien. Nach der Schulzeit in Dorset stand laut Biografie von Norman Lonmate für Harris im Alter von 16 Jahren eine Entscheidung zwischen der Armee und den Kolonien an. Harris entschied sich 1908 für die Kolonien, wo er in Rhodesien nach eigener Auskunft mit Goldwäsche, Kutschfahrten und Landwirtschaft beschäftigt war. Erster Weltkrieg. 1914 trat er als Trompeter in das Einston-Rhodischen-Regiment der britischen Armee ein. Er diente für die südafrikanische Union im Krieg in Deutsch-Südwestafrika, bevor er 1915 nach England zurückkehrte und in das neu aufgestellte Royal Flying Corps sein trat. Harris war in Frankreich und England im Einsatz und er rang auf den Doppeldeckern Sofwith 1,5 Struter und Sofwith Camel 5 Luftsiege. Worauf ihm das Air Force Cross verliehen wurde, bei Kriegsende hatte er den Rang eines Majors. Zwischenkriegszeit 1919 verblieb er bei der neu gegründeten Royal Air Force und wurde im April 1920 Staffelführer und Kommandant des Fliegerhorstes Ligby und der No. 3 Flying Training School. Später diente er unter anderem in Britisch-Indien, in Mesopotamien und in Persien. In Mesopotamien kommandierte er ein Transportgeschwader Wickerswörn. Von 1930 an war er im Luftstab für den Nahen Osten tätig, wo er an der Niederschlagung verschiedener Aufstände der dortigen Bevölkerung gegen die britische Kolonialherrschaft beteiligt war. Er begründete dies damit, dass seiner Ansicht nach Araber nur eine Politik der harten Hand verstünden. Zweiter Weltkrieg Am 14. Februar 1942 erfolgte die Anweisung Area Bombing Directive des britischen Luftfahrtministeriums. Harris wurde im Februar 1942 zum Oberkommandierenden des Bomberkommande RAF ernannt. Basierend auf Vorlagen von Friedrich Lindemann, einem engen Berater Churchills, von dem die Wortschöpfung Flächenbombardemars stammt, war Harris der Ansicht, allein durch die Flächenbombardierungen der Städte das deutsche Reich zur Kapitulation zu zwingen. Harris unterstützte maßgeblich die Entwicklung eines geplanten Feuersturms. In der ersten Welle wurden neben Spreng- und Brandbomben vor allem große Luftminen abgeworfen, die die Dächer abdeckten und Fenster zerstörten. Um den Kamineffekt zu verstärken, in einer zweiten Welle wurden Brandbomben abgeworfen, die in kürzester Zeit einen Flächenbrand entstehen ließen. Dies gelang jedoch aufgrund meteorologischer und städtebaulicher Faktoren nicht immer, um die deutsche Flugabwehr und die nach dem sogenannt Himmelbettverfahren arbeitende Nachtjagd zum Beispiel entlang der Kammhuber-Linie durch lokale Überlastung zu überrumpeln. Entwickelte er die Methode der Bomberströme, bei der möglichst viele Bomber auf demselben Kurs einfliegend in kurzer Zeit ein Ziel angriffen, statt einzeln und in breiter Front einzufliegen. Zur Demonstration der Wirksamkeit seines Konzeptes zog Harris im Frühjahr 1942 für die Operation Millennium alle verfügbaren Bomber zusammen, um Ende Mai mit 1047 Maschinen auf Köln den ersten 1000-Bomber-Angriff durchzuführen. Dieser Angriff war entscheidend, um die zahllosen britischen Skeptiker von der Wirksamkeit von Luftangriffen zu überzeugen und die betriebene Auflösung des Bomber-Command zu verhindern, die technischen Voraussetzungen für präzise Schläge gegen strategische Punkte wie Fabriken für Flugzeuge, Panzer und anderes Rüstungsmaterial befanden sich in der Mitte des Krieges noch in der Entwicklung. Die schweren Verluste der 8. USAF bei ihren Angriffen 1943 und Anfang 1944 bestätigten sein Festhalten am Nachtangriff vorerst bis zum Einsatz von neun amerikanischen Langstreckenbegleitjägern, wobei die Nachtangriffe der RAF durch die Schaffung der 24-Stunden-Bedrohung auch für den Erfolg der amerikanischen Tagesangriffe auf strategische Punktziele weiterhin bedeutend blieben. Unter seiner Führung wurden von der RAF zahlreiche deutsche Städte schwer zerstört, so bei der Operation Gomorra gegen Hamburg im Juli-August 1943, Kassel, Frankfurt am Main, Braunschweig, Magdeburg, Dresden am 13. und 14. Februar 1945 sowie Pforzheim, Mainz, Würzburg, Hanau und Hildesheim. Bei den Flächenbombardements wurden neben den im Stadtgebiet befindlichen Industrieanlagen die Zivilbevölkerung und die Infrastruktur der Stadt primäres Ziel der Angriffe. Seiner Meinung nach sollten ganz bewusst zivile Ziele angegriffen werden, um die Moral und den Widerstandswillen der deutschen Bevölkerung zu brechen. Zu Beginn der Bombardierungen äußerte sich Harris zu seiner Motivation. Die Nazis starteten den Krieg mit der ziemlich kindischen Vorstellung, dass sie jeden anderen nach Belieben bombardieren könnten und niemand würde zurückbomben. In Rotterdam, London, Warschau und an beinahe einem halben hundert anderer Städten führten sie ihre ziemlich naive Theorie aus. Sie säten Wind und jetzt ernten sie Sturm. In seinen Memoieren schrieb er später, Trotz all dem, was in Hamburg geschehen ist, bleibt das Bomben eine relativ humane Methode. Neben den Bombenangriffen auf Deutschland wurden insbesondere in Italien mehrere Großstädte bombardiert, was etwa in Mailand, Neapel und Palermo beträchtliche Schäden auch in Wohngebieten verursachte, nach dem Krieg. Am 15. September 1945 schied Harris im Streit mit dem neuen Premierminister Clement Atteli aus der Royal Air Force aus und zog sich verbittert nach Südafrika zurück. Seine Ehrungen durch die Ernennung zum Baronet 1953 sowie die Enthüllung eines von Veteranen finanzierten Denkmals 1992 vor der Kirche St. Clement Daines in London durch die Königin Mutter Elisabeth waren in der britischen Bevölkerung stark umstritten. Innerhalb von 24 Stunden wurde das Denkmal mit roter Farbe überschüttet und später noch mehrfach beschädigt, woraufhin es für mehrere Monate unter Bewachung stand. In diesem Zusammenhang ist auch von Bedeutung, dass seine Luftkriegsstrategie für die Besatzungen der Flugzeuge verlustreich war. Nahezu 45% kehrten nicht heim, insgesamt kamen 55.573 Flieger bei den Angriffen auf Deutschland um. Auch deswegen wurde Harris oft Butcher genannt. Militär-Historische Wertung Die historische wie rechtliche Qualifizierung der alliierten Luftkriegsstrategie und damit der Position Harris bleibt umstritten. Nach sachlichen oder militärischen Kriterien war die gezielte Zerstörung von Wohngebieten und Innenstädten umstritten. Zwar waren militärisch gesehen die strategischen Folgen des Luftkriegs allgemein erheblich. Da angesichts der Angriffe die deutsche Rüstungsproduktion zu umfangreichen produktionsbehindernden Verlagerungen gezwungen wurde, laut Albert Speer führten die alliierten Luftangriffe bei den Luftfahrzeugen zu einer Halbierung der möglichen Produktion. Über eine Million Soldaten wurden bei der Flak-Artillerie eingesetzt und fehlten dadurch an den Fronten. Zusätzlich wurde eine halbe Million Behelfspersonal herangezogen, darunter viele Jugendliche als Flak-Helfer. All dies war aber in erster Linie auf die gegen die Rüstungsindustrie geführten Tagangriffe der USAAF und nicht auf die gegen die Zivilbevölkerung. Gericht Eten und von Arthur Harris verantworteten Nachtangriffe der Royal Air Force zurückzuführen. Die bekanntesten Einsätze des Bomber-Command außerhalb von Harris' Strategie waren die Angriffe auf die Talsperren, die Versenkung des Schlachtschiffs Tirpitz, die Bombardierung von U-Boot-Bunkern der Kriegsmarine an der französischen Atlantikküste und die Zerstörung von Anlagen des deutschen V-Waffenprogramms sowie die direkte taktische Unterstützung während der Landung alliierter Truppen in der Normandie. Harris hat seinen Standpunkt insbesondere in seinem Buch Bomber-Offensive dargestellt, das seinen Lebensweg beschreibt. Er argumentiert, das nationalsozialistische Deutsche Reich habe damit begonnen, die Zivilbevölkerung zum Objekt von Terrorangriffen zu machen. Aufgabe der britischen Verantwortlichen sei es gewesen, für ein schnelleres Ende des Krieges zu sorgen und eigene Opfer zu vermeiden, die etwa ein Landkrieg oder Stellungskrieg wie im Ersten Weltkrieg mit sich gebracht hätte. Vor dem Eintritt der Vereinigten Staaten in den Krieg bzw. vor dem D-Day der Alliiertenlandung in der Normandie am 6. Juni 1944, hätte angesichts der Insellage Großbritanniens einzig die Offensivstrategie des Bomber-Commands der Royal Air Force die Sicherheit des Vereinigten Königreichs garantieren können. Des Weiteren unterstreicht Harris die Bedeutung der Luftunterstützung für einen erfolgreichen Einsatz von Landtruppen. Er verweist zum Vergleich auf die deutsche Blitzkrieg-Strategie zu Beginn des Krieges, bei der das schnelle Vordringen des Heeres, insbesondere der Panzer, nur aufgrund massiver und rasch abrufbarer Luftunterstützung möglich gewesen sei. Die Tatsache, dass die deutsche Luftwaffe gegen Ende des Krieges zum großen Teil zerstört oder durch die Verteidigung des eigenen Territoriums gegen die alliierten Bomber gebunden waren, habe dazu geführt, dass dem deutschen Heer die notwendige Unterstützung durch die Luftwaffe fehlte. Die alliierte Luftüberlegenheit habe den britischen und US-amerikanischen Truppen sowie der Roten Armee entscheidend geholfen, die Wehrmacht zurückzudrängen, sonstiges. In dem 1954 gedrehten britischen Spielfilm Mai 43 Die Zerstörung der Talsperren von Michael Anderson wird Arthur T. Harris von Basil Sidney dargestellt. Schriften, Bomberoffensive, Cullins, London, 1947 Dispatch-On-Var-Operations 23rd February 1942 To 8th May 1945 F Kess, London, Portland 1995 ISBN 0-7146-4692-X